Hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben letztes Jahr im Oktober 2018 unseren Spindler Online-Shop für Ersatzteilung und Zubehör aufgebaut und sind deswegen auch hier im Spindler Audio Center in Würzburg. Hier sitzt nämlich unsere Marketingabteilung. Mein PC ist hier drüben. Und hier sitzt eigentlich der Sebastian. Der kümmert sich um alle Prozesse, die mit dem Spindler Online-Shop zu tun haben. Der ist allerdings gerade nicht da, denn der ist hinten in unserem mobilen Fotostudio und fotografiert die neuen Produkte. Da schauen wir uns mal kurz rein. Noch ein Schlückchen, ja. So, wir haben ihn gefunden. Er fotografiert nämlich hier gerade die Bremsscheiben. Der Sebastian. Hallo. Ab Sommer haben wir nämlich jetzt auch Ersatzteile bei uns im Online-Shop. Aktuell nur Zubehör. Ab Sommer könnt ihr auch dann Ersatzteile wie Bremsscheiben bei uns shoppen. Sebastian, ganz kurz, wollte ich gar nicht weiter aufhalten. Vielleicht kannst du auch mal ganz kurz ein paar Worte sagen, was du genau machst. Ja, bei mir kommen quasi alle Bestellungen rein. Ich verteile die auf unsere insgesamt elf Standorte, da unsere Lage ja auf alle Betriebe aufgeteilt ist. Alle Anrufe, die zum Thema Support und Service oder Anfragen sind, kommen erst mal zu mir. Alles, was ich beantworten kann, beantworte ich natürlich gleich sofort am Telefon. Und sind es fachspezifische Fragen, die ich nicht beantworten kann, gebe ich das natürlich an unsere Fachkollegen in den Abteilungen, VB, Skoda und Audi weiter. Perfekt. Und jetzt mache ich gerade wieder Bilder. Das heißt, alles, was an Feedback auch reinkommt zum Online-Shop, geben wir in ihn weiter. So, dann würde ich sagen, wir bestellen jetzt einfach mal was und schauen das Ganze mal an. Ich klicke jetzt einfach mal auf Audi. Was haben wir denn hier? Accessoires. Wir haben einen Schlüsselanhänger, oder? Hier, Audi Sport Schlüsselanhänger Leder R8. Nehmen wir doch mal den. Top. Warnkorb. So, das Teil ist jetzt bestellt. Wir schauen jetzt mal einen Stück tiefer bei uns im Teiledienst. Da werden die Sachen nämlich gelagert und abgeschickt. Audition in Würzburg lagern hier die ganzen Teile. Das heißt, wenn ihr im Online-Shop bestellt, dann werden hier die Teile direkt versandt, in die Post gegeben. Zum Beispiel, hier sind keine Bremsscheiben, falscher Gang. Ja, Bremsscheiben gefunden. Also, wenn ihr Bremsscheiben bestellt zukünftig, gehen die direkt aus unserem Lager von hier raus. Ja, Bremsscheiben bestellt.